Hi Leute, ich bin Bastian und mit mir werdet ihr alles rund um das Thema Trading erfahren. Ich bin selbstständiger Trader und seit mehreren Jahren in der Szene aktiv. Ihr wollt Chart-Analysen, Trading-Prognosen und natürlich auch Trading-News, dann seid ihr bei mir genau richtig. Let's go! So, dann herzlich willkommen auch von meiner Seite hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du reinschaust. Wenn du es noch nicht gemacht hast, scroll gerne mal nach unten, lasse gerne mal ein Like da und vor allem Klick auf den Abonnieren-Button. Das ist alles kostenlos für dich, damit du hier jeden Tag benachrichtigt wirst. Wenn ein neues Video von mir online kommt, stell die Glocke auf alle und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein jetzt in die Chart-Analyse. Also, gehen wir hier jetzt mal rein und schauen uns das Ganze mal an. Ihr seht hier ganz gut auf dem 4-Stunden-Chart. Wir sind immer noch in unserem Downtrend bzw. in diesem Falling-Wedge. Je nachdem, wie man das Ganze jetzt hier einzeichnet, wenn man jetzt hier die Buddy-Candles nimmt, hat man einen Falling-Wedge. Wenn man hier die Tochter miteinander verbindet, hat man hier diesen Downtrend-Kanal. Also, im Moment ist es wirklich so, es steht und fällt mit dem wichtigen Support-Bereich hier unten bei ca. 45.700 US-Dollar. Wenn wir uns das Ganze hier einfach anschauen auf dem 4-Stunden-Chart, wir hatten hier oben Resistance, noch mehr Resistance, noch mehr Resistance. Hier unten ist sehr viel Support die ganze Zeit. Und wir halten uns genau jetzt hier wieder eigentlich perfekt in der Mitte dieses Falling-Wedges hier jetzt auf. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob dieses Falling-Wedge nach oben hin ausbricht oder nach unten ausbricht. Ein Falling-Wedge hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, nach oben hin auszubrechen. Also eine höhere Wahrscheinlichkeit, hier über diesen Widerstand rüber zu gehen und dann weiter nach oben zu pushen. Schreibt es gerne mal unten rein in die Kommentare, was ihr davon haltet. Eher Bullish oder eher Bearish? Wie seid ihr eingestellt? Schreibt es gerne mal unten rein. Wenn wir uns das Ganze auf dem 1-Stunden-Chart jetzt mal hier ansehen, dann seht ihr hier wunderbar, dass unsere wichtige Support-Zone hier unten sehr schön gehalten hat in dieser Phase. Und sind jetzt hier gestern auch nochmal schön nach oben gepusht, heute Nacht dann auch nochmal. Und ihr seht es jetzt hier ganz schön, jetzt werden wir ein bisschen hier wieder abverkauft. Aber wir halten uns jetzt wirklich perfekt innerhalb dieses großen Falling-Wedges einfach auf. Wenn wir uns den Crypto Fear & Greed Index einfach mal ansehen, dann seht ihr hier, gestern hatten wir 24 Punkte, trotzdem jetzt 29. Ja, also es ist nicht, es ist ja auch irgendwie keine Erholung in Sicht. Ja, ihr seht es hier ganz gut. Auch bei unseren wichtigen 30.000 US-Dollar, da wo wir getraded sind, da hatten wir auch genau diese selbe Variante. Das heißt, wir sind immer hoch, mal so auf 28, 29 Punkte, 30 Punkte, dann mal wieder runter auf 20, dann mal wieder hoch auf 29 und so weiter und so fort. Und das Gleiche erwarte ich jetzt auch hier weiterhin für den Bitcoin-Preis. News-Technisch war in der Woche eigentlich nicht allzu viel los. Ganz große News war natürlich klar, deutsche Sparkassen sind im Crypto-Fieber, wollen ihren Kunden eine Crypto-Wallet anbieten, damit du direkt in der Sparkassen-Filiale Crypto kaufen kannst und dort dann auch lagern kannst auf deiner Wallet. Das war schon mal eine sehr bullische News, für Deutschland zumindest. Dann Tesla akzeptiert nun Doge. Also der Elon Musk hat mal wieder via Twitter hier wunderschön Doge nach oben gepumpt. Ja, du kannst jetzt anscheinend Merchandising-Artikel von Tesla mit Doge kaufen. Ja, herzlichen Glückwunsch, wer es braucht. Dann Myanmar-Opposition führt Tether ein. Ja, auch noch mal eine kleine bullische News. Und dann Nike kauft NFT-Startup und Adidas mit eigener NFT-Kollektion. Ja, also da geht es jetzt hier bei diesen Sportartikel-Herstellern geht es auf jeden Fall jetzt richtig ab. Ja, auch jetzt hier wieder bei Adidas mit seiner eigenen NFT-Kollektion. Ja, die haben natürlich jetzt hier dann auch das Ganze für sich entdeckt und werden das auch weiterhin vorantreiben. Was wird für den heutigen Tag jetzt wichtig? Für den heutigen Tag und vor allem fürs Wochenende wird erstmal wichtig, dass wir überhalb dieser wichtigen Support-Zone hier bleiben. Ja, dass wir überhalb von 46.000 Dollar bleiben. Und absolut worst case, einfach hier nochmal die 45.500 Dollar hier unten antesten, aber dann hier wieder einen schönen Bounce von unserem Falling Wedge sehen. Auf dem Daily Chart, wenn wir uns das ansehen, der Daily Chart gestern und Daily Close war jetzt nicht allzu schlecht, aber dennoch, ihr seht hier das ja ganz gut, ja, wir sind immer noch in einem weiteren Downtrend, wenn wir uns das hier anschauen. Und wir wurden, wenn man es so sehen mag, gestern auf dem Daily Chart dann hier erstmal von unserem 200er Daily Moving Average erstmal rejected. Jetzt wird es sehr spannend, wie der Weekly Close heute wird und vor allem, wie der Daily Close heute wird. Ja, so ein Daily Close würde ich mir jetzt nicht wünschen, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Da sieht das jetzt erstmal nicht allzu schlecht aus. Ja, deshalb ein bisschen Zeit, jetzt den Kurs noch geben und schauen, was dann hier heute passiert. Auf dem RSI ist jetzt aber was sehr interessant ist, denn wenn wir uns das mal anschauen, auf dem RSI, ich muss mal kurz gucken, das seht ihr hier ganz gut, auf dem RSI haben wir hier eine Bullshit Divergenz. Ja, das heißt, wir haben einen Abfall in den Kurs, aber einen ansteigenden RSI. Also auf dem Daily Chart ist das laut RSI mit dieser Bullshit Divergenz eigentlich jetzt hier mit Bullshit anzusehen. Ja, auch auf dem Volumen, wenn wir uns das mal anschauen, Volumen ist jetzt hier in den letzten paar Tagen eigentlich ziemlich gleich geblieben. Bisschen abfallend, ja, keine Frage. Jetzt ist aber wieder Wochenende. Da solltet ihr jetzt mal drauf schauen, jetzt dann am morgigen Tag, wie hier dann das Volumen dann reinkommt. Vielleicht dann auch nochmal hier am Ende diesen Tages, ja, gegen wieder abends 12 Uhr, wird es wahrscheinlich dann nochmal volatil werden. Heute Abend gibt es auch wieder ein Livestream bei mir hier auf meinem YouTube-Kanal. Deshalb, wenn ihr Bock drauf habt, schaut da heute Abend gerne auch mal vorbei. Auf dem Weekly Chart, wenn wir uns das anschauen, und die EMA Ribbons uns hier noch reinladen, ja, dann seht ihr hier das auch wunderschön, dass wir hier auf dem Weekly Chart einfach jetzt hier diesen Bounce brauchen. Wir müssen jetzt hier einfach schauen, dass wir auch dann mit der nächsten Woche hier jetzt langsam wieder in dieses Terrain hier hochkommen, Richtung 52.000 US-Dollar. Das ist unheimlich wichtig für den Bitcoin-Preis. Die nächste Woche darf einfach nicht hier, ja, sagen wir mal, unter diesen wichtigen 42.000 Dollar schließen. Ja, die 42.000 Dollar sind wirklich unheimlich signifikant und ihr seht jetzt auch hier ganz schön auf dem Weekly Chart, dieser wichtige Support-Bereich, diese wichtige Support-Linie, diese gelbe Linie, die sich hier gebildet hat. Da müssen wir einfach den nächsten Bounce sehen und hier weiter nach oben pushen. Schreibt es mal unten rein, denkt ihr, die Jahresend-Rallye ist somit vorbei und wir traden komplett nur noch seitwärts oder denkt ihr, wir hauen bis zum 31.12. hier noch einen schönen Pump hin, dass wir zumindest mal über die 52.000 Dollar kommen. Meine persönliche Meinung ist, wir traden komplett nochmal seitwärts und vom All-Time-High können wir uns sowieso verabschieden und von unseren 60.000 Dollar auch. Ich wäre sehr happy, wenn wir bis zum 31.12. irgendwie hier in dieses Terrain hier wieder hochkommen Richtung 52.000 bis 55.000 US-Dollar. Man muss jetzt auch realistisch sein. Man muss jetzt hier auch nicht irgendwie sagen, hier irgendwelche Moonboy-Prognosen und von wegen geht jetzt in den Long Trade rein und so weiter und so fort. Jetzt heißt es einfach, Füße stillhalten und warten, was der Bitcoin-Preis mit uns macht. Und ihr seht es hier auch nochmal bei den EMA-Ribbons. EMA-Ribbon oben angetestet, nicht geschafft, abverkauft worden. EMA-Ribbons oben angetestet, nicht geschafft, abverkauft worden. EMA-Ribbons oben angetestet, nicht geschafft, jetzt erst mal wieder eine kleine Korrekturphase. Also EMA-Ribbons auch wieder, die zählen für uns jetzt hier weiterhin als Resistance. Wenn wir uns das hier mal anschauen, auf dem Ethereum-Chart, das interessiert auch ein paar, wie wir im Moment bei Ethereum stehen und jetzt seht ihr das ganz gut bei Ethereum, genau wieder auf unseren 4.000 US-Dollar. Wir schaffen es jetzt nicht, hier wieder wichtig, über diese 4.000 Dollar drüber zu kommen. Wir hatten den Versuch gestartet hier, ja, aber wurden hier jetzt wieder abverkauft. Auch bei Ethereum, Füße stillhalten, ich werde bei Ethereum weiterhin nicht traden. Ja, 3.900 Dollar scheint jetzt hier wieder zu Support gewesen zu sein, aber wir spielen halt hier eine ganz kleine Range und auch hier gilt es für Ethereum, die EMA-Ribbon gelten hier auch weiterhin als Widerstand. Ja, also es kann jetzt durchaus sein, dass wir hier bei dem Ethereum-Chart hier nochmal runterkommen, Richtung 3.900 US-Dollar uns hier die ganze Zeit ein bisschen aufhalten, bevor dann hier Bitcoin erst den nächsten Move nach oben macht. Dann die Bitcoin-Dominanz, wenn wir uns diese mal angucken, auf dem Daily-Chart seht ihr das hier wunderschön. Wir hatten hier jetzt einen kleinen Bounce, jetzt erstmal wieder auf dem Daily-Chart gesehen, aber trotzdem, ja, wir sind halt genau hier an der untersten Linie bei 40%. Wenn halt das ganze Ding hier nach unten fallen sollte, dann wird es eine kleine Altcoin-Rallye geben, wahrscheinlich für die Altcoins, ja, wenn wir hier auf 39% hier nach unten fallen und es könnte vielleicht eine kleine Rallye dann bedeuten für die Altcoins vielleicht noch hier bis Anfang Januar in diesem Bereich, aber wirklich, da müsst ihr jetzt wirklich aufpassen, was Bitcoin macht, ja. Wenn halt Bitcoin den Move jetzt macht und ausbricht, ja, und jetzt hier nächste Woche ausbrechen sollte, aus unserem Falling Wedge, dann wird halt diese Bitcoin-Dominanz hier wirklich sehr sprunghaft nach oben gehen und die Altcoins werden anfangs erstmal nicht so krass mitziehen, wie es Bitcoin getan hat und tun wird, ja. Und das solltet ihr im Auge behalten, das ist hier ganz, ganz wichtig. In diesem Fall, Leute, wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und einen wunderschönen vierten Advent. Wenn ihr hier Bock habt, heute Abend 20 Uhr, ja, gibt es hier wieder einen Livestream, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn hier einige Leute wieder mit am Start sein sollten und jetzt einfach hier Füße stillhalten, abwarten, was mit unserem Falling Wedge hier passiert, ja, was mit unserem Downtrend-Kanal passiert und dann müssen wir schauen, wenn wir hier ein schönes Breakout haben, ja, wo wir dann schöne Long-Positionen eingehen können, um hier weiter nach oben gehen zu können und eine schöne Long-Position mitnehmen können, ja. Deshalb wärst du alles bei mir immer auf dem Kanal, deshalb scroll gerne runter, subscriben, liken und die Glocke aktivieren und diese auf alle Stellen. Haut rein bis dann, euer Basti. Ciao, ciao.